Ich heisse Schmidt Cari. Ich komme aus Bremgarten, Aargau. Ich bin für die Langlauf-Fähre zuständig als Head-Coach. Auch für die ganze Delegation Langlauf bin ich der ansprechende Head-Coach. Mein Herz schlägt vor allem für die Special Olympics generell und natürlich für meine tollen Langlauf-Athletinnen und Athleten. Die Lebensfreude von diesen Athleten, die ich immer wieder entgegennehmen darf, und das ist die Befriedigung, die man dann hat für die ganze Anstrengung und den ganzen Einsatz, den man leistet. YAHOI!